Also die Mysteria Kitchen ist eine Spezialarmatur für den privaten Küchenhaushalt. Auch hier haben wir die Situation, dass wir beim Kochen oft verschmutzte Hände haben. Wir haben Buletten geknetet, wir haben Schnitzel paniert oder ähnliche Sachen und stellt sich immer die Frage, wie wasche ich mir jetzt die Hände, ohne dass ich irgendwas anfassen muss. Genau darauf zieht die Mysteria Kitchen ab. Sie stellt Geschirrspülmittel, Seife oder Desinfektion berührungslos zur Verfügung, um genau dieses Thema zu erwischen. Wir haben darauf geachtet, dass alle Systeme, egal ob jetzt Classic, Light oder Kitchen, wirklich mit einem Plug-and-Play-Modulsystem miteinander verbaut werden. Es sind einzelne Baugruppen, die jeweils befestigt und dann untereinander verbunden werden. Also die Installation ist sehr einfach gestaltet. Der Installateur kann die Mysteria Kitchen bei seinem Fachgroßhandelung bestellen.